Ich werde einen Zauber wirken. Wenn Lester auf die Idee gekommen ist, eine Spur aus Sumpfkraut für mich zu legen, wird mein Zauber seine Spur offenbaren. Du kannst ihr dann folgen und Lester befreien. Ich? Kommst du nicht mit? Nein, das geht leider nicht. Ich muss in der Nähe der Sumpfkrautfelder bleiben und mich auf ihre Essenz konzentrieren. Sonst schlägt der Zauber fehl. Gut, dann gehe ich alleine. Lesters Schicksal liegt in deinen Händen. Möge Innos mit dir sein. Aha. Okay. Einmal da rum. Wahnsinn. Machst denn du? Bitte nicht jetzt. Ich muss in mich gehen. Perverse Sau. Der muss in sich gehen. Ah. Lester Skraut. Dann folgen wir doch mal der Sumpfkrautspur. Der geht jetzt bestimmt dahin, wo ich vorher nicht weiter dürfte. Hallo. Ja. Jetzt ist er weg. Der gute Mann. Wie, da ist jetzt links und rechts was. Was ist denn das? Ach, kann man da vielleicht. Ach so. Vielleicht ist das der Weg dann da. Ja, 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 ja. Ich verstehe nicht ganz, aber egal. Hallo, nimm's mit. Mal schauen, wie wir schön aktuell halten hier. Das ist schön. Wie, da ist es? Bis, da ist es. Ja, ja. Ich verstehe nicht. Oh, da drüben, da ist ein großer Drache. Wo sind wir hier? Und was ist das hier? Wahnsinn. Gut, Höhle. Hervorragend. Da machen wir alles tot, was man sieht. Ja, jetzt muss ich wieder stundenlang durch irgendwelche Höhlen-Systeme laufen, in denen es nichts zu holen gibt. Ihr. Bukisch. Karak. Hast du mir nicht den Weg aufgehalten gehabt das letzte Mal? Klar, das warst du. Du warst es. Gibt es ja noch was Spannendes? Nein. Okay. Snapper! Na, kommt her, ihr totes Snapper. Ja. Au. Ey. Au. Au. das habt ihr jetzt davon mich anzugreifen von unten komme ich das heißt ich habe jetzt die möglichkeit da weiter zu gehen oder habe ich die möglichkeit überhaupt okay oh 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 whatever oh oh Mein Hammer ist größer. Und das? Mhm, mhm. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen, aber es ist überstanden. Mir folgen einfach mal den Weg. Ja, ja, so. Okay, da waren wir jetzt. Also gehen wir da hoch. Mensch, Mensch, Mensch. Hey. Au. Au, 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 au. Oh, ich habe keine Haltrenge mehr. Natürlich schlecht. Oh, oh. Okay. Okay. Nein. Okay, letzter Spielstand, bitte. Letzter Spielstand. Naja, an der Stelle sage ich jetzt mal, bis demnächst. Ich muss immer wieder aufhören. Und man zieht sich. Ciao.